So Freunde, es geht weiter. Wir müssen jetzt unser Herrenhaus finden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus und gucken an Gran... Ne, hier ist noch eine Zwischentür. Hier geht's dann raus. Ah, okay, okay. Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk. Like some clerk, yes. We're that shorthanded. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to walk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermi will show you the ropes. Follow me. Okay, Sherlock's Anzug. Werner Vogel sagte, dass die Polizei im Twosfall meiner Mutter ermittelt. Bin ich denn jetzt gelandet? Äh? Wo bin ich denn jetzt im Gefängnis? So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new autopistole in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Okay, jetzt muss ich Schießübungen machen. Alles klar. Ja, das ist mit den Untertiteln ein bisschen blöd. Ich finde, die müssen weiter oben sein. Und noch ein bisschen schwierig, der Sache dann immer zu folgen, weil es auf Englisch ist. Und bis man es gelesen hat, zack, ist es wieder vorbei. Concentrate, Sherry. You need to hit every target, to show the Sergeant how we do it. War geil, dass wir jetzt eine Knarre kriegen. Brücke zum Ziel die rechte Maustaste, um zu feuern die linke. Beim Zielen wird der Zeitlumpen-Modus aktiviert. Die für begrenzte Zeit mit Schusswaffen zerstörbare Objekte hervorgehoben werden. Brücke R zum manuellen Nachladen einer Schusswaffe. Okay. Nö, macht die Luke auf an. Ne, warte mal hier. Oh, haben wir nicht geschafft. Aber nochmal. Mal, was macht der denn da für geile Übung? Bruce Lee, so. Mit Left Control kannst du dich zwischen Stehen und Ducken wechseln mit Space Rollen. Ah, hier geht's los. Okay, wo geht's dann weiter? Wir stärkere Gegner schützen sich auf mit Panzerung. Schießt die Panzerungsteile vom Körper, um Schwachstellen des Gegners aufzulegen. Äh, wir müssen als letztes weggeschossen werden. Okay. Okay. Okay, mit X kann Sherlock in den Gegnern in der Nähe Schnupftabak... Okay. Okay. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I can't believe it. Oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella. So, Gegner mit Helm sind vor Bescheid. Wie nehme ich die jetzt fest oder muss ich jetzt umschießen? Erstmal muss ich hier nachladen. Ja, lädt gar nicht mehr nach. So, und Stupftabak haben wir auch nicht mehr. Wir testen Sie gegen unsere Männern. Deine Aufgabe ist, sie zu rettenen, nicht zu töten. Also nicht zu schießen, jemanden in den Augen. Das geht auch für in der Pflege. Selbst wenn Sie mit der Polizei arbeiten, das bedeutet nicht, dass Sie eine Lizenz zu töten haben. Hier, mach diese. Sie sind blanker Rounds. Also, sind Sie bereit? Sempre bereit. Dann geht's los. Worüber? Nicht überhaupt. Ich kann sie alle mit einem Schuss. Menschen zu töten ist barbarisch. Versuch stattdessen den Gegner festzunehmen. Dazu musst du ihm eine erste Handlungsfähigkeit machen. Dich ihm dann nähern und anschließend über die Festnahme gedrückt. Folge dabei zuge ich den Anweisungen auf den Bildschirm. Ach du. Ich komme. Oh. Ich komme. Ich komme. Nun. Cheg. Ich komme. Bei dir. Ich komme. Hä, wie lange braucht der denn? Ich konnte nicht die Partei missen. Wir können ihn erst. Achso, okay, ich muss hier... Ich komme. Überrasch' ihn, nicht rutsch' ihn. Ich komme für dich. Ich bin nicht der Partei. Ich bin nicht der Partei. Ich bin nicht der Partei, mein Freund. Okay. 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 Jetzt versuchen wir nochmal ins Bein zu schießen. Den haben wir auch, sehr gut. Gib ihm den Peppersnuff. Hey, warum legst du keine Handschuhe an? Ah, der hat schon wieder eine Maske auf. Okay. Es war das Problem, dass ich den Kopf geschossen habe. Ja. Ach mein, der ist aber auch ziemlich streng, oder? Ja. So, Menschen zu töten ist beobacht. Ach, nochmal! Was? Oh ne, ne? Okay. Okay. Ja, wollen wir denn das nicht hingehen? Mal schauen. Manchmal hat das... Ah, ich jetzt... Hab ich so'n bisschen verstanden. Ja, pass auf. Mal nachladen. Ah, der erste hat letzteman schon so ganz schwer. ok lade nochmal nach und dann kriegen wir dich die musik dazu so geil und da hatte ich schon wieder wollt ihr noch in den kopf schießen ja komm das können wir abkürzen ja so jetzt komm jetzt aber ok da wollen wir schnell genug nicht schon wieder ich treffe wenn die sich so blöd bücken ist doch kein wunders den in den kopf schießen ja ok komm freunde tut mir leid aber da müssen wir jetzt durch ich komme ich gehe nach oben ich gehe nach oben Hier alle Alle guten Punkte sind drei, oder? Ja, super. Das ist doch super, oder? Wir sind jetzt offiziell Polizist. Okay, Stonewood Manor. Gerne. So, ein Banditenhunderschlupf wurde auf deiner Karte eingezeichnet. Will Details aus dem Spielgrundlagen... Ne, das will ich erstmal nicht, weil ich möchte erstmal die Hauptstory weitermachen. Erinnerung an die Beerdigung, zurück zu Rona. So, Treffen mit dem Medium. Genau, verschütterte Erinnerung. Das wollen wir jetzt. Warte mal, bringt die... Ah, ich dachte... Der bringt uns dahin, der Kutscher. Nö. So, ich hoffe ja, dass wir unser Herrenhaus finden. So, wir sind auf dem Map jetzt hier. Und ich würde sagen, wir laufen geradeaus. Folgen der großen Straße. Boah. Man, aber wieder Pollen in der Luft, ey. Ist ja unglaublich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich die richtige Richtung kamen. Ja. Extra! 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 Oh! Ah, nee, warte mal. Das ist ein Stadttor, ne? Ja, genau. Und als Aquädukt ist das. Ich habe gedacht, äh... Ah, wir mussten das... hier lang... nicht durch die Stadttore auch, ja. Da habe ich gedacht, das wäre eine alte Kirche. Hammer ist... Nee. Wollte schon sagen, ist das hier schon? Nee. Nee, leider nicht. Aber ein Hügel, eine Kirche, ne? War doch der Hinweis. Wird denn in der Nähe vom Friedhof gewohnt? Warte mal. Nee, wir sind immer noch nicht in Grandsarei. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Also, klettern kann der überhaupt nicht, ne? Das finde ich mal schade, wenn manche Charaktere nicht klettern können. Dieses Mal wichs Kleinhügel irgendwie... hochklettern kann oder so. Oh, was geht denn hier ab? Das sieht aber einladend ein... äh, aus. Oh, was geht denn hier ab? So. Gucken wir mal auf die Karte. Ach du, heilige Neun ist ja ganz woanders. Den Weg ja wieder zurück. Können doch öfter mal auf die Karte gucken. Ja, runter springen kannst du auch. Dann kannst du auch mal rauf springen. Ja, runter springen kannst du auch. Dann bin ich ja... Guck mal... So müssten wir ja... Genau. Müsste der richtige Weg sein. ich denke mal das wird auch wieder mit hindernissen sein also wer zwar einfach hier fängt schon an dass man wieder nicht weiterkommt wir sind theoretisch hier doch freunde wir haben stonewood männer gefunden jetzt muss er nur noch unser herrenhaus suchen und gucke noch mal auf die karte ich denke mal wir müssen jetzt hier hoch irgendwie das ist unser haus ich glaube es unser haus wow wir haben es gefunden ich hoffe du wirst diesen brief niemals lesen denn das würde bedeuten dass du da in absurden hirngespinsten noch gefolgt bist die vergangenheit ist vergangen zeit und energie zu investieren um bereits erlebtes wieder aufzurollen ist bestenfalls kindische zeitverschwendung und schlimmstenfalls eine pathologische schwäche wird durch tuberkulose ist kein schönes ende und trotz all deiner proteste war es besser dieses elend von dir fernzuhalten es ist anzunehmen dass du dem grab unserer mutter bereits einen besuch abgestattet hast ich gehe davon aus dass du damit einen dringenden impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach london zurückkehren wirst es ist an der zeit dass du dich von der vergangenheit abwendest und die stattdessen ermöglichen zukunft widmest das königreich auch dich mycroft alles klar ja kommen wir da einfach rein ich hoffe es doch oder wir kommen rein ja wir sind da ich bin mal gespannt naja ok so es geht eigentlich noch so ich hätte gedacht dass noch kaputter wäre das ja 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 Ah, jetzt haben wir was. Das ist Erinnerung an meine Vergangenheit. Ah, alles klar. So. Der Polizist. 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 Das ist doch schön. Eine der ersten Dinge, die ich gesehen habe, wenn ich dieses Haus als Kind bin. Das ist wie Deja Vu. Wollen wir trotzdem noch mehr untersuchen? Irgendwas wichtiges ist dahinter, alles klar. Vielleicht finde ich... ... 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